Ihr schafft das. But I'm not sure now, what I was made for, what was I made for, taking a drive, I was an ideal, looks so alive, turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for, cause I, I, I don't know how to feel, but I wanna try, I don't know how to feel. I don't know how to feel, but someday oh I might, someday I might. When did it end, all the enjoyment, I'm sad again, don't tell my boyfriend, it's not what he's made for. What was I made for? Cause I, cause I, I don't know how to feel, but I wanna try. I, I don't know how to feel, but someday I might, someday I might. Oh my god, scheiße. Yeah, schön. I, I don't know how to feel, but someday I might. I, I don't know how to feel, but someday I might. I don't know how to feel, but someday I'm falling in the morning. Super schwierige Entscheidung, also weil ihr seid alle drei unfassbar gut. Aber hilf mir mal Alvaro, wen würdest du weiter nehmen? Ist wirklich schwierig. Sag mal, sag mal bitte, bitte hilf mir, weil ich bin wirklich, ich bin einfach verloren. Ich bin richtig verloren im Tal der Tränen. Also ich, wirklich, ich kann, ich kann nicht, sag mal. Also ich finde ja, wenn man die Augen zugemacht hat, es war wirklich super schwer zu unterscheiden. Weil alle echt auf dem gleichen Level sind. Ein Niveau, das ist echt. Könnt ihr es mir flüstern, wenn ihr es jetzt nicht laut sagen wollt? Ich sag, ich sag Mirai. Ich, 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 ich würd Fiona sagen. Oh. Darf ich dann Emilia sagen? Ja, bitte. Jetzt geht's ganz dreher noch. Lena, wenn das hier jemand entscheiden kann, dann du. Ihr habt das so toll gemacht. Die Stellen, wo ihr zusammen gesungen habt, da wart ihr einfach eine Einheit. Und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Emilia, ich finde, du bist so gewachsen in der Sicherheit deiner Stimme. Die ist so stark geworden und so fest. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und Fiona, du bist richtig gewachsen in deinem Selbstbewusstsein. Du strahlst immer eine totale Ruhe aus. Und gleichzeitig hat man auch manchmal das Gefühl, dass du vielleicht ein bisschen unsicher bist. Und das hast du hier richtig gelernt und überwunden. Das finde ich richtig toll. Ja, Mirai, du hast das, was du eh schon kannst, wie deinen kleinen Rohdiamanten. Den konntest du schleifen. Und deine Stimme einfach bis zur Perfektion getrimmt. Und das ist richtig toll. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann ist es eine ganz, ganz schwere und super, super, super knappe Entscheidung. Du musst dich jetzt entscheiden. Okay, ich entscheide mich jetzt. Ich höre auf. Ein Ticket hast du für die Sing-Offs. Ja. Zwei müssen uns jetzt leider verlassen. Fällt mir wirklich super, super schwer. Ähm... Ich geh in die Sing-Offs mit Mirai. Beinah! Ich bin nie mehr wie es war. Ich bin nie mehr wie es war. Ich bin nie mehr wie es war. Es tut mir so leid. Ich hätte euch alle so gerne mitgenommen. Fiona, Emilia, danke schön, danke für dieses tolle Battle. Danke, dass ihr dabei wart bei uns dieses Jahr. Ja. Das hast du toll gemacht. Es hat mega Spaß gemacht, aber Mirai, sie verdient es. Herzlichen Glückwunsch, Mirai! Mirai! Tschau! Ich freu mich ganz doll für dich. Ich hab sie super gemacht. Lass dich draußen von deiner Familie feiern. Mach ich! Tschau! Ich freu mich ganz doll für dich.